servus büros herzlich willkommen zu einem neuen video heute folgen dass die wilden hummeln im xxl pack 12 stück sind hier drin von nico 149 haben die gekostet nem 32 gramm 2,7 gramm pro hummel wir schauen einfach mal hier in die stube ins hummelnest ja hummeln dann tatsächlich aber ganz klassisch ganz normale größe so wie sich das für die nico hummel gehört das seien tatsächlich ja recht schlicht gehalten mit dem geld hat gar nichts aufgedruckt oder so aber das ist neuerdings bei diesem nico eigentlich immer so dann schauen wir mal ich bin gespannt wilde hummeln von nico viel spaß beim test wilde hummeln xxl pack für 149 let's go mal schauen ob die so können gelbe banderole ganz schlicht doppelbrummer ich mach den jetzt gleich mal ja mach einfach ich glaub der wird sich dann jetzt entweder das ja doch perfekt wie war das mit aufsteigenden effekten im f1 bereich das war jetzt echt lustig schön geht gut ab Sehr schön, doch, die machen Spaß. Und das dann auch noch in der XXL-Packung, das heißt, man bekommt ja auch noch ein paar mehr gleich in der Packung drin. Für 1,50 ist das echt ein super Schnapper. Das ist echt, also da kann man echt nichts sagen. Also wenn man die für 1,50 bekommt, mit 12 Stück, zuschlagen Leute, die sind Hammer. Ja, das war's mit dem Video für heute, danke schön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, Pyrus. Ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.